Welcome, welcome, meine Freunde, zu der Westminster Dog Show. Und endlich ist Ripple an der Reihe. Wir haben den Boston Terrier ja schon vorhin aufwärmen sehen. Daniel Heddy hat den kleinen Racker die letzten Jahre trainiert und endlich geht's hier los. Für genau diesen Moment haben Danny und Ripple die ganze Zeit trainiert. Und schaut euch Ripple nur an, wie flink er hier durch jedes Hindernis durchjumpft. Noch ein Jumper. So, der Tunnel kann für manche Hunde schwer werden. Was passiert mit Danny? Danny, du hattest einen Job, Dicker. Einen einzigen Job, du musst nur laufen, Dicker. Ripple hatte so einen guten Start. Wir hatten fast das Gefühl, er könnte Gabby's Rekord brechen. Aber für Daniel Heddy ist der normale Weg anscheinend auch ein Hindernis. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Ripple ript fast alles. Die Wippe durch den Ring durch und der Slalom links, rechts, links. Alles kein Problem gewesen. Ripple muss sich nun einer unangenehmen Frage stellen. Brauch er einen Herrchenwechsel. Wir gehen zurück ins Studio.